Ja, herzlich willkommen zum Abendtalk heute am späteren Sonnabendabend, den 12. Oktober 2019. Mein Name ist Norbert Giesow, ich bin Autor und Astrologe in Kiel und berate Menschen in allen Lebenslagen. Einfache E-Mail an norbert.giesow.de reicht, dann können auch wir uns mal unterhalten. Ja, am Anfang vielleicht ein paar Dinge zu mir. Das eine ist, ihr könnt durchaus auch, wenn ihr meine Videos gut findet, auch mal die vergangenen Videos durchschauen. Viele von denen sind eben nicht nur astrologisch und daher auch nicht unbedingt zeitig gebunden, sondern, ich hätte ja beinahe gesagt, allgemeingültig. Also da sind viele Themen dabei, wo sich das lohnt, vielleicht mal reinzuschauen. Und dann beginnt jetzt bald ein Online-Kongress zum Thema angstfrei Leben, angstfrei Revolution. Und da bin ich auch einer von 25 Referenten, wo ich so das Thema Angst und Astrologie, auch überhaupt über Astrologie, so ungefähr eine Stunde Interview gemacht habe. Und das könnt ihr umsonst ansehen, wenn ihr euch da anmeldet. Den Teaser und Link findet ihr auf meiner Website www.giesow.de. Vielleicht schreibe ich es nachher nochmal in den Infotext. Ja gut, zum heutigen Thema. Morgen Abend ist Vollmond mit Pluto. Das bedeutet auch, dass viele von uns auch mit sich selbst zu tun bekommen. Es gibt ja im Grunde, sind wir ja alle auf der Suche nach Glück und Zufriedenheit. Wir möchten positive Gefühle erleben und haben alle aufgrund unserer Erziehung und Prägung und unseres Charakters, unseres Horoskops unterschiedliche Wege, wie wir meinen, das erreichen zu können. Der normale, übliche Weg, der ja auch in unserer Gesellschaft propagiert wird, ist ja der Weg im Außen. Dass wir eben durch äußere Dinge, was auch immer das ist, irgendwie ein, wie Christian Hemmschenmeyer sagt, ein nice, geiles Leben führen können. Da gehören sicherlich andere Menschen und Beziehungen, Konsum und Reisen etc. dazu. Oder aber wir erkennen, dass das eigentlich uns nicht wirklich Zufriedenheit bringt, sondern so eine Ablenkung ist. Und natürlich kriegt man dann ab und zu etwas und hat auch eine gewisse Befriedigung oder Zufriedenheit. Aber schnell kommt ja wieder der Hunger, der Durst, die Leere in uns hoch. Und dazu kommt es ja auch, dass wir ja in vielerlei Hinsicht uns selbst dabei sabotieren, glücklich und zufrieden zu sein. Und was ja auch daran liegt, dass wir eben in uns auch Schattenbereiche, Ängste, abgetrennte Persönlichkeitsanteile, unbefriedigte Gefühle, mangelnde Liebe, was auch immer das ist, was ja viele von uns ja in sich finden, also diese Begegnung mit dem Schatten. Und das ist ja auch oft ein Hinderungsgrund für viele Menschen tiefer, den Weg nach innen zu gehen, weil eben die Abwendung ein bisschen vom Außen und die Hinwendung nach innen ja zwar der richtige Weg ist, weil das der einzige Weg ist, der uns wirklich zur Zufriedenheit und Glück führen kann. Aber wir eben einmalseits diese Umstellung nicht einfach ist, weil wir eben gewohnt sind oder auch süchtig sind nach Außenkontakten, nach Befriedigung und Anerkennung und Bestätigung in der Außenwelt. Und wenn wir uns davon etwas abwenden oder das auch schon im Geiste anders bewerten, dann entsteht natürlich auch so eine Art innerer Hunger danach. Wir sind dann nicht befriedigt, so wie man vielleicht, wenn man mit dem Rauchen aufhört, ja auch nicht sofort nur happy ist, sondern ja dann auch diesen Schmacht da, dieses Mangelgefühl hat. Und weil man ja, wenn man sich nach innen wendet, ja nicht sofort irgendwie Belohnungen nur kriegt, sondern eben, wie ich eben schon sagte, ja mehr auch oft Schattenbereichen begegnet und sich mit vielleicht Anteilen von sich selbst auseinandersetzen muss, von denen man gar nicht vorher so gedacht hätte, dass die so stark sind oder dass das auch so lange dauert oder dass es eben nicht so einfach ist, innerlich glücklich und zufrieden zu sein, auch wenn uns manche wohlmeinenden Meister versichern, dass wir Freiheit oder Liebe oder Glück sind, was ja auch stimmt, was ja auch jeder sofort erfahren kann. Aber eben, selbst wenn es uns das gelingt, das zu erfahren, wir ja diesen Moment, wie alle Momente ja nicht festhalten können. Das heißt, der Moment rauscht vorbei und wir sind wieder in gewisser Weise unbefriedigt und versuchen dann dieses tolle Gefühl, ich bin noch frei, ich bin Liebe, ich bin alles, ich bin Glück, ich bin Licht, ich bin Bewusstsein, wieder zu erlangen und wer diesen Weg schon länger gegangen ist, weiß, dass das nicht so einfach ist, aus dem Verlangen des Egos oder des Ichs, was sich unbefriedigt fühlt, in diesen höher geistigen Zustand einfach so zu gelangen. Wenn das so einfach wäre, dann wäre unsere Welt ja eine ganz andere und viele von uns wären viel, viel glücklicher. Und weil das so ist, gibt es eben auch Techniken, Möglichkeiten, Hinweise, Hilfen, um sich diesen Übergang leichter zu machen. Also es gibt sozusagen die vier Vorschaltlehren, wie es beim Buddha heißt, die wir nutzen können, um auch unsere Außenwelt zu harmonisieren, aber auch unser Karma zu verbessern, aber auch unser inneres Gefühl zu verbessern, dass wir eben sozusagen, die sind also quasi diesem direkten Weg nach innen mit der Meditation etc. so ein bisschen vorgeschaltet, was nicht heißt, dass die weniger wertvoll wären und dass wir sie nicht auch weiterführen könnten oder sollten, wenn wir auf diesem inneren Weg schon gegangen sind. Aber vielleicht wird es eindeutiger und klarer, wenn ich sie mal beschreibe. Das Erste ist Großzügigkeit, Geben, Gewähren, Humanität, Imparalidanam, dass wir eben nicht nur an uns selbst denken, sondern dass wir diese Selbstbezogenheit, also diese permanente Selbstbezogenheit auflockern und aufweichen, indem wir uns geben, positiv, gewährend nach außen hin öffnen. Also dass wir anderen Menschen, andere Menschen und Gelegenheiten nicht versuchen, so zu dominieren oder das so zu gestalten, dass wir nur unsere Ego-Bedürfnisse befriedigen, sondern dass wir von unserer egozentrierten Selbstverständlichkeit abrücken und erkennen, dass alle Wesen, also ich natürlich, aber auch jeder, der dieses Video sieht, ja auch den Wunsch danach hat, glücklich zu sein, leben möchte, überleben möchte, gut leben möchte, geliebt werden möchte. Und dieses Aufgeschlossensein für den anderen, für im Prinzip alle Lebewesen, im Grunde alles, weil die Welt, in der wir leben, ist ja beseelt, könnte man sagen, oder ist Geist oder ist Bewusstheit oder so diese Trennung zwischen mir als lebendigem Wesen und einer materiell nichts fühlenden Außenwelt, ist der Goethe zu einer der größten Illusionen, die wir auferlegen können. Und selbst die Naturwissenschaftler, die moderne Physik etc., Biologie, kommt ja auch dahin, das zu erkennen. Geben Teil 1, die erste Vollschadlehre. Die Großzügigkeit übrigens, ja, mit das beste Karma, was wir machen können, führt uns sicherlich in höhere, lichtvollere Welten oder Inkarnationen nach unserem Tod. Also sollte man wirklich in seinen Tagesablauf, in sein Leben mit einbauen, da eben, wo wir können. Also nicht jeder kann ja Geld geben, aber wir können auch Zeit geben, wir können Energie geben oder wir können Wissen geben, was auch immer wir haben und was wertvoll ist für andere und heilsam, können wir ja dann geben und gewähren. Der zweite Punkt, Silam, Tugend oder auch Ethik genannt, ja, immer ein essentieller Teil in jeglichem inneren Weg oder auch jeglicher spirituellen oder zumindest noch in Anteilen spirituellen Religion. Die 5 Silas habe ich mal ein Video dazu gemacht. Das kann ich jetzt und will ich jetzt hier nicht so weit ausführen, aber Tugend-Ethik hat natürlich damit zu tun, andere Lebewesen, wie es ja schon beim Geben war, zu schonen, achtsam mit ihnen umzugehen, zu erkennen, dass alle leben wollen und mich darum bemühen, dass ich in meiner Umwelt, das wird ja jetzt durch die Klimadebatte nochmal angestoßen, dass ich mit meiner Umwelt achtsam, liebevoll und bewusst umgehe, dass ich nichts nehme, was mir nicht gegeben wird, dass ich nicht nach Dingen verlange, die mir nicht gehören. Das gilt eben auch für die Sexualität, dass ich mit meinen Trieben, auch mit meinen sexuellen Trieben oder meinen aggressiven Trieben, dass ich damit umsichtig umgehe, andere Menschen, sie nicht anderen Menschen aufdrücke, nichts von anderen verlange, was sie nicht geben wollen, was aber nicht heißt, dass ich irgendetwas nicht leben darf oder kann. Dann die rechte Rede eben auch, dass ich mich bemühe, auch im Gespräch zuzuhören, nicht immer egozentrisch ich alles sagen muss, nicht versuche irgendwie andere abzuwerten, damit ich besser dastehe, dass ich diese Mechanismen einfach, wo ich immer eigentlich Unfrieden und Konflikt und Disharmonie in meiner Welt und meine Beziehung und meine Kontakte hineinbringe, dass ich das hier verändere, im Kleinen. Es geht ja nie darum, perfekt sein zu wollen. Das ist ja auch oft etwas, was manche Menschen ja vom Buddha wieder wegführt, dass sie irgendwie was lesen und dann glauben, sie müssen perfekt sein. Es geht ja um diesen Prozess der Umwandlung. Die Buddha-Lehre ist ja ein Prozess eigentlich der Transzendenz, des Umwandelns des eigenen Wesens. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Rituale zu vollziehen oder irgendeinem zu huldigen, sondern es geht ja im Grunde darum, das für uns anzuwenden und uns von diesen negativen, niederschwingenden, negatives Karma erzeugenden Energien abzuwenden und uns anderen heilsamen, höherfrequenteren Energien zuzuwenden. Und all das sind ja nur Techniken und Hilfsmittel auf dem Weg. Und ich sollte natürlich versuchen, meinen Geist möglichst klar zu halten. Das gehört auch zur Tugend, dass ich nicht irgendwie, das heißt nicht, dass ich nicht auch genießen darf als Nichtmönch oder Nonne. Das sollte ich sogar, um die Balance in mir zu finden, um auch positive Gefühle in mir zu erwecken. Aber ich sollte nicht irgendwie, der Genuss sollte nicht in rauschhafte Zustände ständig gehen, dass ich beispielsweise Drogen oder andere Dinge nehme, die dann bedeuten, dass ich irgendwie den völligen Bezug zu dem verliere, was ich eigentlich für mich als richtig erkannt habe. Der dritte der vier Vorschaltlehren ist die sogenannte Metaphysik oder Jenseitskunde oder Fortexistenz. Und das bedeutet, unseren Geist zu öffnen. Das Gesetz von Karma und Wiedergeburt ist ja nicht etwas, was sich irgendjemand ausgedacht hat, weil das so spannend ist, sondern wenn man wie ich irgendwie seit mehr als drei Jahrzehnten so eine Art Überkreuzforschung betrieben hat, in dem ich eben viel gelesen habe, aber auch viele weise erleuchtete Männer und Frauen aufgesucht habe, selber viele Erfahrungen auf unterschiedlichsten Gebieten gemacht habe, gibt es ja bestimmte Dinge, die sich irgendwann als Illusion herausstellen und andere Dinge, die ihre Wahrhaftigkeit immer stärker erweisen. Wenn es von allen Seiten wahr ist, also die Wahrheit ist eben wahr und wenn man auf sie stößt oder sich ihr annähert, erkennt man das dann auch und dazu gehört eben Karma auch und Wiedergeburt. Und wenn ich diese Naturgesetzlichkeit des Lebens, auch des geistigen Lebens, wenn ich die nicht zumindest für möglich halte, schneide ich mich ja von dieser Gesetzmäßigkeit ab, dann werde ich nicht irgendwie in der richtigen Art und Weise denken können, denn dann hätten ja meine Taten keine Folgen. Wenn nach dem Tod alles zu Ende wäre beispielsweise, also jedes Leben wäre einzigartig, auch mit den persönlichen Anteilen und dem Bewusstsein, das wäre dann vorbei, dann könnte ich ja machen, was ich wollte. Es hätte ja gar keine Folgen. Es hätte auch keine Folgen, wenn ich mich gut verhalte. Durch Karma und das Wiedergeburtslehre macht das natürlich Sinn, weil alles, was ich erzeuge, also alles, wie ich auf mich und die Umwelt einwirke, das ist ja mein Umgang mit dem Karma, was jetzt vorhanden ist. Wie ich immer sage, jeder ist seines eigenen Karmas Schmied. Und wie ich damit irgendwie umgehe, das ist genau irgendwie, das erzeugt eben das Karma, was eben dann zu der Wiedergeburt in einer anderen Welt führt. Also, das habe ich neulich auch im Video über Reinkarnation gemacht. Und dazu gehört eben diese Jenseitskunde, dass es eben Dinge gibt, dass es höhere Welten, niedere Welten, niedere können wir ja sogar sehen, beispielsweise die Tierwelt, dass es diese Welten gibt und dass es auch irgendwie ganz andere Arten des Lebens, des Existierens gibt. Sicherlich die Frage, das herauszufinden, eine der spannendsten Fragen des Lebens überhaupt. Verstehe gar nicht, wie man sich nicht dafür interessieren kann. Ja, und der vierte Punkt ist dann der vielleicht schwierigste, also die Jenseitskunde Saga, die Neckham-Mam, die Weltüberwindung, die Entsagung, dass wir irgendwann erkennen, dass es nicht darum geht, unsere Wünsche zu erfüllen, damit wir glücklich werden, sondern von unseren Wünschen frei zu werden, dass wir glücklich werden. Dieses ewige Versuchen in einer Außenwelt durch immer noch mehr Sinnesfreuden und Konsum, Sex, materielle Güter, Sicherheit, Eindrücke auf sich, Eindrücke sammeln, dass das uns irgendwie wirklich weiterbringt und Glück verschafft, das gehört ja zu den Grunderkenntnissen und das bedeutet eben auch, dass wir erkennen müssen, dass unser weltliches Begehren eigentlich unser Glücksverhinderer ist, weil es uns nie zur Ruhe kommen lässt, weil wir immer auf der Suche danach sind. Das Beste, was uns passieren kann, ist ja, dass unsere individuellen Wünsche, die ja ganz individuell sind und ganz unterschiedlich, also die Sinne wollen ja alle was anderes, der Taster möchte was Bestimmtes, wir möchten was Bestimmtes tasten und fühlen, wir wollen was Bestimmtes riechen, was uns gefällt, wir wollen was hören, was uns gefällt, was sehen, was schmecken, was riechen, was denken und wenn wir wirklich mal in Momente kommen, wo das alles befriedigt ist, dann tritt zwar für einen Moment die Befriedigung ein, aber aufgrund des Gesetzes der Vergänglichkeit geht ja dieser schöne Moment dann auch wieder vorbei und schon geht die Suche danach los, wieder diesen schönen Moment wieder herzustellen, wobei da ja leider es auch so ist, dass wir ja nicht, uns reicht es ja nicht, das gleiche Schöne wiederzuerleben, es muss sich dann auch ja immer noch steigern und wir haben eben zweimal Verlust, wir haben dann den Verlust, weil der schöne Moment ist vorbeigegangen, er ist nicht mehr da, das ist traurig und wir haben den Drang, es wieder neu zu suchen und haben dadurch auch wieder Frust oder und Stress. So sind wir immer dabei und aus diesem Hamsterrad kommen wir halt nicht wirklich raus und man kann dann eben durch nach Innenwendung, durch Weltüberwindung und Entsagung, durch Meditation und den geistigen Weg gehen, etc. etc. kann man eben lernen, dass es innen sehr viel harmonischer, heller, schöner, heiler werden kann und dass da eben ganz viel Zufriedenheit und Glück liegt, natürlich auch nicht sofort, sondern wie gesagt, ich sagte ja schon, es ist ein Prozess der Umwandlung und das sind die vier Vorschaltlehren, die der Buddha empfohlen hat, im Grunde, die man praktizieren soll oder mit denen man sich geistig zumindest auseinanderzusetzen sollte, bevor man überhaupt tiefer in die Buddhalehre oder von mir aus auch übertragbar auf andere spirituelle Wege einsteigen sollte, weil wir eben oft zu sehr von Gier und Hass und Verblendung geprägt sind und das gar nicht so können, einfach so umdrehen und das von einem Moment auf den anderen hundertprozentig anders machen und da so eine Art Übergang brauchen. Viele von denen, die meine Videos sehen, das weiß ich ja auch, manche sind mir ja auch persönlich bekannt, weiß ich auch, dass viele von euch ja schon lange arbeiten, manche wie ich ja schon Jahre und Jahrzehnte oder ganze Lebende schon und wenn wir ganz ehrlich sind und unser inneres Kind uns da nicht irgendwie auf eine falsche Fährte lockt, dann müssen wir oder dürfen wir ja auch feststellen, dass sich vielleicht auch schon vieles zum Besseren gewandelt hat in unserem Leben, dass viele Konflikte, die uns früher beherrscht haben, gar nicht mehr da sind, dass sich, dass manche Ängste leichter geworden sind oder sich ganz aufgelöst haben, dass frühere Schattenanteile durchleuchtet sind, dass ich viele Projektionen nicht mehr erleben kann, dass ich viel klarer weiß, wer ich bin und was ich will und dass ich längst erkannt habe, dass wenn ich Gutes in die Umwelt bringe, auch Gutes aus der Umwelt zu mir zurückkehrt, dass ich wie gesagt Schmied meines Karmas bin und selber im Grunde zwar allmählich nur, aber dann unaufhaltsam mein eigenes Schicksal verändern kann durch die Art und Weise, wie ich mit dem umgehe, was jetzt ist und dass ich mich dann auch mal frage, ob es wirklich so sinnvoll ist, immer noch nach mehr zu verlangen, warum mir eigentlich der jetzige Moment nicht ausreicht. Wir können da ja alle jederzeit ein Experiment machen, das Experiment ist ganz einfach, es besteht darin, alle Medien auszuschalten und sich irgendwo still hinzusetzen, Augen zu und geschlossen und einfach mal den Moment ertragen. In diesem Moment, in diesem Moment, das hier und jetzt, also das gegenwärtige Leben, einfach mal anzugucken, was dann ist und dann zu, ohne sofort zu reagieren, immer zu erkennen, wie sofort Körper, Gefühl und Geist in seinen unterschiedlichen Auswirkungen zugreifend auf die Sinne meistens versucht irgendwie diese langweilige, unerträgliche, schreckliche Situation, das furchtbare Jetzt zu überwinden, um dann in ein anderes, besseres Jetzt zu kommen. Und das mal sich anzugucken, ist super, super interessant und wenn es uns gelingt, in diesem jetzigen Moment dann präsent zu sein, dann ist Frieden da, dann ist Stille da, dann ist Glück da und irgendwann fallen wir wieder aus diesem Zustand raus und suchen wieder und versuchen diesen Zustand wieder herzustellen oder auf altbekannten Wegen durch äußeren Zugriff mehr Glück zu erreichen. Aber dieser Weg ist eben ein Weg der Umwandlung und wenn wir ihn nur lange genug gehen, werden wir auch Erfolge sehen. Das ist ja mit allen Dingen so. Alles in diesem Leben und Universum geht ja nicht von jetzt auf gleich, sondern alles hat seine Entwicklung, die Entwicklung, die ein Baum braucht, um zu wachsen, die Entwicklung, die wir brauchten, um laufen zu lernen oder sprechen zu lernen, die Entwicklung, die auch eine gute Beziehung nehmen muss, die Entwicklung, die ein Stern durchmacht oder eine Galaxie oder das Universum selbst. All das sind ja alles Prozesse und nicht von hier auf gleich und diesem Prozess den voller Freude zu gehen, weil er ist ja der geilste Prozess, den es eigentlich gibt. Die Umwandlung von negativen und schwierigen Energien in heile und lichtvolle Energien ist ja das Beste, was wir nur tun können. Soweit zum heutigen Abendtalk. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Es wird bald wieder ein Video geben mit einem vielleicht ganz anderen Thema. Bis dahin alles Liebe, schönen Abend, bis dann und tschüss. 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 Tschüss.